Herzlich Willkommen, Mädchen zu Question 1 und 2. Wie war in der Mädchen Zukunft? Sie befindet sich neben dem Bahnhof im Theater und hat zeitlich um 15 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Man kann dort malen, Skatboard fahren, Haushaltkabel machen, Musik machen und tanzen. Das Rotterdam haben wir auf dem Weg zur Mädchen Zukunftwerkstatt gemacht. Hier ist der Wochenplan für die Corona. Montag ist 2 Uhr bis 3 Uhr. Das ist ein Spiel. Und am Dienstag ist Hausaufgaben. Mittwoch ist 2 Uhr, also halb 4 Uhr. Und dann kann ich was das. Und am Donnerstag ist es 10 Uhr bis 11 Uhr. Spielen auch. Was bietet dir Einrichtung an? In dieser Einrichtung kannst du malen oder zeichnen. Und du kannst hier auch essen oder kochen. Du kannst mit ihm im Garten spielen. Und sie können dir auch bei Hausaufgaben helfen. Hier ist malen. Hier ist auch malen. Hand, sorry. Hand. Hier ist Band gemacht. Und hier ist mein Schwester spielen Instrument. Hier ist Spielen, Joga. Die Mädchen. Und dann hier ist also eine Musikzuhörer. Und dann helft. Also fahren. Also fahren. Das Geburt. Hier ist halt. Also. Viktori. Also. Willi. Und Ravan. Was hat dir besonders gut gefallen? Mir hat gut gefallen zu malen und zu zeichnen. Und auch bei Hausaufgaben helfen zu bieten. Bekommen. Was ist für die Ferien geplant? Geplant für die Ferien ist, Fahrrad zu fahren oder die Mädchen zu Ehren zu Hause abzuholen. Und oder Essen mitnehmen und ein Picknick machen. Was ist für die Ferien geplant? In der ersten Woche vom 29.06. bis 1.07. gibt es Tanztage. Vom 1. bis 4.07. gibt es eine Mädchensommerfahrt. In der zweiten Woche gibt es vom 6. bis 8.07. einen Nähkurs. Es gibt vom 9.07. und am 10.07. jeweils eine Inliner-Tour. Am 9.07. für Kinder ab 9 Jahre und am 10.07. für Mädchen ab 12 Jahre. Dann gibt es ein Action-Painting am 8.07. Und am 20.07. in der vierten Ferienwoche ein Quatschcafé. Am 21.07. könnt ihr die Kunst des Batiken lernen. Am 22.07. werden Miniaturgärten gemacht. Und in der fünften Woche gibt es eine Capo-Era-Sommerkampfwoche. Vom 27.07. bis 31.07. In der sechsten Woche gibt es am 4.08. Abenteuerspiele. Am 5.08. und 6.08. das Quatschcafé. Und am 7.07. bis 9.08. die Überraschungsrallye für alle. Beachtet, dass es für alle blau markierten Veranstaltungen eine Anmeldung bedarf. Das heißt, ihr müsst euch direkt im Quatschcafé anmelden. Oder ihr ruft unter der Telefonnummer 03328 471055 an. Für alle orange markierten sind die Veranstaltungen ohne Anmeldung möglich. Die Veranstaltungen ohne Anmeldung ist die Veranstaltungen mit der Veranstaltungen. 4.18, 4.18, 1.30, 2.30, 3.16, 2.15, 3.10, 4.17, 10.11, 4.17, 4.5.30, 3.18. Hallo, ich bin Zirina und heute ist die E-Granie-Place auf der Dats-1, die Lehre ist Dats-1, das ist Frau Tujana El-Mertani. Hier ist die Klaue, hier ist die E-Granie mit Schiffen, hier ist die Skipper und Musik.